Triyamukkotanasana, besser genannt auch Tiryanukkotanasana, ist die horizontal schauende, weit gedehnte Stellung. Eine Variation der Vorwärtsbeuge mit erhobenem Kopf. Annika zeigt, wie es geht. Vom langen Sitz ausgehend, einatmen, hebe die Arme hoch, ausatmen, beuge dich nach vorne, fasse mit den Händen um die Füße in einer der vielen Handhaltungen, halte den Kopf oben und schaue nach vorne. So bist du in Triyamukkha, das heißt in die nach vorne schauende, in die weit, in die horizontal schauende Stellung, in Uttanasana, in einer intensiven Dehnung. Es gibt auch eine andere Stellung, die als Triyamukkotanasana bezeichnet wird und die ist im Stehen. In der stehenden Haltung, die auch als Uttanasana bezeichnet wird, in der stehenden Vorwärtsbeuge, Padahastasana oder Uttanasana genannt, fasse mit den Händen entweder um die Fußgelenke oder um die Füße oder gib die Hände flach auf den Boden und jetzt hebe den Kopf hoch und schaue nach vorne. Auch das ist dann wiederum Triyamukkha, horizontal schauende Stellung. Manchen Fällen ist es dabei besonders schön, die Hände auch etwas nach vorne zu geben. Manchmal wird das dann auch genannt, die aufgerichtete Rüsselstellung. Oder du kannst auch weiterhin die Hände an den Fußgelenken halten, Bauch an den Oberschenkeln, aber Brustkorb weg von dem Oberschenkel und nach vorne schauen. Die Stellung verbindet sanfte Rückbeuge im Nacken und oberen Rücken mit intensiver Vorwärtsbeuge für die Oberschenkel und Kniekehle.